So, ja, ich bin schon zu Hause. So, ich schwingle mich jetzt gleich aufs Fahrrad und fahre nach Wannsee. Freue ich mich. Morgen fange ich erst um 11.30 Uhr an. Auf dem Freitag. Na gut, okay. Nö. Da ich die Arbeit ja sowieso nicht als Arbeit sehe, macht mir das nicht aus. Okay. Ich wünsche dir, im Kopf ihr habt alle einen schönen Tag. Also, ich hab dich. Bis bald.